Es wird doch langsam dunkel. Danke. Wo sind wir denn? Alter wir sind ja voll auf dem falschen Weg hier. Wieder hoch. Wir sind komplett abgekommen. Hm. Hm. Wendemast. Gucken wir mal hin. Eigentlich ganz nett hier. Ja. Ganz nett. Total nett. Kann man auch nach ganz oben. War ich noch nicht. Jetzt bin ich hier. Genau. Und ich muss auf die Straße. Hm. Genau. Ja. 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 Nein. Oh, ein Schlag hat gefehlt. Oh, Mann. Ich werde doch mal mehr ausgewichen. Eigentlich ganz nett hier. Alter. Das hat er bei mir nicht geschlagen. Oh, Mann, weil ich wieder nicht genügend Ausdauer hatte. Ich schieße jetzt mal ein bisschen auf den. Das ist halt echt übel mit seinem Knüppel hier, ne? Beschädigte Großachs. Was hat denn der hier oben bewacht? Nix. Ich bin Hügel voller nichts. Oh, ähm, zu dem Vieh will ich noch nicht. Und das eigentlich auch nicht. Gerade. Jetzt wirklich mal weiter. Oh, und das auch nicht. Lasst mich alle in Ruhe. Da vorne ist ein Teleporter. Eis-Pass. Na, da bin ich doch mal. Da bin ich doch hin. Okay. So sieht's aus. Das ist ein Teleporter. Junge Eisschnabel Ich muss jetzt hier links hoch Und dann ja Och nö Och nee ey Nie Einfach mal nie Ich halte erstmal hinten rum Oh was haben wir hier Ist doch ne Höhle Oh ja Eisenader Habe ich auf jeden Fall mein Vorrat an Eisenerz wieder aufgefüllt Ist auch nicht schlecht Uh hier ist ne Kleiner weißer Stein Bonusgefährten Gesundheit Nice Vor knapp 8 Monaten habe ich mich auf den Weg gemacht Seitdem habe ich viel dazugelernt Vor ein paar Tagen habe ich mir einen Bogen zum Jagen gebaut Das Ziel muss ich noch üben Das Ziel muss ich noch üben Aber mit ein wenig Geduld werde ich auch dies schaffen Wenn man auf sich alleine gestellt ist Bleibt einem nichts anderes übrig Als sich schnell in der freien Natur zurecht zu finden Endlich habe ich wieder einen trockenen Unterstupf gefunden Für die nächsten Tage ist es das Beste hier zu bleiben Zudem bietet die Höhle Schutz vor Monstern Dieses Mal habe ich darauf geachtet wo ich meinen Schlafsack hinlege Aus der Panne mit dem Insektennest in der letzten Unterkunft habe ich gelernt Boah ekel Egal wie beschwerlich die letzten Wochen meiner Tour auch waren Die positiven Ereignisse und Erfahrungen Die ich sammeln konnte überwiegend dem Ganzen Genau Und wo ist der Gute? Der ist nicht mehr da Wo? Wo ist der Gute? Kann man sagen um kleinen Hosen langoliere Ich glaube Ihnen aber den Stein nach dem ganzen Treppen Ehrlecker Was ist denn das da hinten für eine riesen Festung? Im Wasser war ich auch noch nicht. Aber wir gehen hier weiter hinten rum. Ist sicherer. Erstmal. Oder auch nicht. Und doch. Junge. Ähm. Habe ich gesagt, dass es sicherer war? Was ist das denn für ein riesen Monster? Probier das jetzt einfach mal aus. Ich weiß nicht, ich werde sterben. Aber egal. Oh mein Gott. Äh. Aber wir kriegen das Monster gut runter. Bleib hinter mir. Ja, ja. Ich bleib schon. Geh weg hier. Oh mein Gott. Ah, daneben geschlagen. Nein. Oh, wir haben es gleich. Jawohl. Alter. 340 XP. Leck mich am Arsch. Wann muss ich das Green machen hier? Das lebt doch noch. Das bewegt sich noch. Kann ich irgendwie... Oh nein. Oh nein. F9 ist Laden. F9 ist Laden. Okay. Oh mein, sie ist ausgenockt. Oh mein, sie ist ausgenockt. Oh mein, sie ist ausgenockt. Okay, speichern. Oh mein, sie ist ausgenockt. Okay. Ich glaube, die sind nicht so cool. Hm. Hm. Okay. Oh mein, sie sind keine guten. Ich habe gedacht, das wäre eine Festung. Also nein. Dann ist das doch hier oben, glaube ich. Ich muss mal abchecken. Ich muss mal abchecken. Ja, gut. Da hinten ist nochmal so ein Frostding. Komm, wir machen nochmal ein Frostding kaputt. Warum nicht? Vorsicht. Okay. 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 Was? So. So. Okay. Ahem. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, nochmal 340 XP auf den Nacken. Sehr geil. Oha. Bewegt sich da unten? Ach, ist nur ein Baum. Ist nur ein Baum? Ich hab schon gedacht, ey. Sonditen. Ui. Was war das jetzt? War da doch eine Mine versteckt. Nö, hier ist doch eigentlich keine Mine. So nicht. So nicht. So nicht. Oh, 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 oh. so haben wir schon mal einen gleich nochmal zwei ganz wichtig so die sind nach unten abgenippelt hier wo sind sie denn mal schön Elex kassiert brauche ich eh wie so ist nix wie kein Loot ist das alles Gebäude noch verfluchte male ja Juuu Liegt da runter Oh Gott Und ab rein da Nein Jetzt hat er mich mies erwischt Wollte eigentlich gerade rausdutschen Oh Gott Der scheiß Pfeil hat meinen Schlag geblockt Oh 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 Hm Zwei haben wir Oh 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 Reichtes Schloss Hm 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 Was 173 Schaden Puh Oh Und so unbedingt meine Skills verbessern Ich hab das Gefühl ich hab hier übelst krasse Sachen aber Oh Können sie alle nicht fragen Oh hab ich grade gedacht hier sind wieder Typen Hör doch auf den deutschen Hör doch auf den deutschen Irgendwelche Puppen ey Okay Okay Nehul Oh hier Helix Rocker Nice Ja Das Banditenlager hat sich auf jeden Fall gelohnt Oh Wo da unten Kleiner Elex Trank ne Damit äh Kann ich doch auch noch was verbessern bei mir ja Ist nice Gibt's hier nochmal ein Vorkommen oder so Ne Okay Nochmal kurz zurück Ich will mal gucken ob ich ähm Oben drauf kann Was hier ist Oh Okay Es wird nochmal dick xp Es wird nochmal dick xp Hier Hier Seid Brennne Oh, ich bin da durch. Oh Gott, das war uncool. Was soll ich denn da drinnen denn killen? Gut ist, dass ich zwischendurch gespeichert habe. Was soll ich denn da drinnen? Blöd. 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 sein helfen oder halt auch nicht schwere gehubert so einmal nach oben nach oben muss man doch auch hochkommen ok schade hier ist nichts dann kommen wir weiter so so oh teleporter sehr schön die menschen waren damals offensichtlich sehr weit entwickelt ja sehr weit entwickelt aber trotzdem dumm so wieder ein Tresor hm haben wir hier irgendwelche hinweise 3068 oder da wir probieren es aus wo ist er da 3068 oh ja geht doch oh mein erster Tresor geil maximale Ausdauer plus 20 Stärke minus 5 ok beschädigte Bart Hartaxt Soßenfleisch und dunkles Elex was haben wir hier noch Bonusgesundheit pro Treffer kann verbessert werden hm ja nehmen wir alles mit ok aber wir merken uns die letzte Zahl die letzte Zahl ist nämlich ähnlich wie die eben die ich bei dem einen Spind gesehen habe also auf jeden Fall eine 8 cool cool oh Gott oh was ist das 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 ich hasse ja solche Viecher ne ich hasse es ey einfach nur eklig oh Gott oh Gott oh Gott Fleischgrölle ey ja ne ist klar oh Gott oh 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 ah nee nein nein dann wollte ich wieder zu viel ich muss man wenn ich das viel platt hab so speichern Was hab ich denn jetzt getroffen? Nein! Lass mich! Oh! 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 Was? Da krieg ich eh lecks. Oh, nicht schlecht. Aber bei dem ja auch, ne? Oh, ich hasse so Insektenkram, ne? Geht gar nicht, ey. Okay. Come debufft her? Ich gehe auf. Kein Bild, kein Spielzeug, nix, Stofftier, okay, ist das dunkel hier drinnen, Eckmärmarsch. Wir gehen jetzt zur Festung hier, endlich mal, da vorne ist noch ein Vieh, das nehme ich nur mit, okay, es war ein Fehler, ich ein, ja, voll in den Lauf reingelaufen, voll in den Lauf, denken, drücken, sprechen, voll in den Schlag reingelaufen. Ah! 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 Ah, ich hab fast da unten. Gibt's nicht.